So meine Lieben und damit erst willkommen zur 18. Folge der FIFA 19 Road to Glory hier auf YouTube und damit willkommen zum Weekend League Zusammenfassungsvideo hier und heute am Dienstag und ihr seht schon oben im Titel, die Folge lautet die unglücklichste Weekend League aller Zeiten. Wieso, weshalb, warum, das werdet ihr im folgenden sehen, der ein oder andere hat es ja vielleicht auch schon im Livestream auf Twitch gesehen. Bevor wir rein starten, bevor es Infos gibt, wenn es euch heute wieder gefällt, lasst mir sehr gerne ein Däumchen nach oben da, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Ich würde mich wie immer sehr drüber freuen. Ihr seht es im Hintergrund, das war schon mal eines der Kacktore, die in dieser Weekend League passiert sind. Die Frage an der Stelle raus an euch, wie lief eure Weekend League? Wie war es bei euch? Schaut euch mal das an, das ist so... Freunde, da bin ich jetzt schon wieder zuschauer hier, obwohl ich ja gar nicht gerade nebenbei zocke, sondern das ja nur geschnitten habe und vorbereitet habe, um Gottes Willen. Wie war die Weekend League bei euch? Meine war katastrophal und das meine ich jetzt auch gar nicht im negativen Sinne, dass ich krass benachteiligt wurde, sondern einfach das Gameplay. Auch hier, das Gameplay an sich, die Server an sich, ich weiß es nicht, waren am Sonntag sehr, sehr komisch. Die Infos an euch, wir standen 17-3. Wir haben mit einem 13-1 gestartet, dann standen wir 17-3. Ja, und vor dem Spiel, das ihr gerade seht, standen wir 21-6. Dementsprechend, ja, noch insgesamt drei Spiele zur Verfügung. Eins davon, beziehungsweise zwei davon, mussten wir gewinnen, um am Ende Elite 3 zu schaffen. Und, ja, ihr seht es, beziehungsweise werdet es sehen. Ich habe aber insgesamt vier Spiele reingeschnitten, obwohl ja eigentlich nur noch drei ausstanden. Wieso das denn? Das hat folgenden Grund, schaut euch das an. 87. Minute, 3 zu 3, die Riesenchance für uns. Und dann, herzlich willkommen in der FIFA-Community. Der Gegner quittet raus, bekommt dann dementsprechend natürlich die Niederlage. Wir aber keinen Sieg, standen dementsprechend weiterhin 21-6 und mussten in das nächste Spiel rein mit einem Gegner, der ein ordentliches Team hatte. Und das ist halt mal wieder typisch. Richtig bittere Geschichte. Irgendwie muss man da meiner Meinung nach eine Lösung finden. Das Thema gibt es ja jetzt nicht erst seit FIFA 19, sondern war ja auch schon im 18er ein Riesenproblem, dass die Gegner da zum Teil einfach rausquitten konnte. Damals ja sogar noch mit dem Bug, dass dann derjenige, der gequittet ist, auch nicht mal eine Niederlage bekommen hat oder so. Aber das war sehr ärgerlich. Dementsprechend 21-6. Nächstes Game, in das wir rein starten. 60. Minute, ihr seht es 1 zu 1. War eine harte Partie. Der Gegner wunderbar kombiniert. Und dann ist das passiert. Also ihr merkt schon, hier sind Gegentore und aber auch Tore am Start, die sonders gleichen. Also die habe ich so noch nicht gesehen in FIFA 19. Und wir haben ja schon viel gesehen in FIFA 19. Aber das war alles ziemlich katastrophal. Halt dann mal ein schönes Tor. Matuidi und dann das, was in FIFA 19 auch perfekt klappt. Aus dem Lauf heraus der perfekt getimte Finesse ins lange Heck. Ich glaube, das dürfte Mbappé sein, der da letztendlich dann das 2 zu 2 macht. Und in der 73. Spielminute dann auch nochmal Gilavogi. Den haben wir als Swap-Spieler gemacht. Finde ich eine ziemlich, ziemlich solide Karte. Dann mit seinem wichtigsten Treffer bisher im Verein, nämlich dem Siegtreffer. Heißt Info, neuer Spielstand, neue Bilanz. 22 zu 6. Zwei Spiele vor der Tür. Eins müssen wir gewinnen für Elite 3. Und damit mit dem Titel, den ihr ja gelesen habt. Nämlich die unglücklichste Weekend League aller Zeiten oder so. Wie ich das auch immer ganz genau nenne. Da wisst ihr, was jetzt auf euch zukommt. So, das ist nämlich eine absolut kranke Partie gewesen. Ihr seht's. Wir führen hier nach 46 Minuten genau jetzt mit 2 zu 0. Wunderbares Tor. Richtig schön rausgespielt. Völlig verdient. Ich meine, der Gegner hatte zur Pause keinen einzigen Schuss. Und jetzt schaut euch diese Szene an, die das Spiel komplett gekippt hat. Langer Ball von Mbappé. Ich gehe mit Varane in diesen Zweikampf. Dreimal dürft ihr raten, was jetzt passiert. Es gibt glatt Rot. Kann mir das jemand erklären? Ich weiß es nicht. Wir springen jetzt in die 88. Minute. Und ihr seht gerade da vielleicht. Was ist denn da für eine Lücke? Die Ultra-Lücke. Wir kriegen das 1-2. Ich werde diese Lücke... Hier, ihr seht's. Habt ihr es ganz kurz gesehen? Da kann ich es euch gleich nochmal erklären. Aber vorher gibt es noch was anderes. Nämlich, wir gewinnen den Zweikampf nicht. Will hier ganz nochmal auf den Ball. Manola schiebt den Gegner weg. Es gibt den Elfmeter. Und dementsprechend sogar noch die Chance für den Gegner in dieser Partie. Zum 2 zu 2 zu kommen in der 92. Minute. Was genau falsch gelaufen ist beim ersten Gegentreffer, will ich euch gleich erklären. Wir gucken uns jetzt aber erstmal das Ganze an. War natürlich ein Elfmeter, aber er kann halt auch genauso gut in die Animation reinkommen, wo er den Gegner einfach wegdrückt und das Ganze dann verlöst. Ronaldo läuft an, schießt ihn unten rechts und dementsprechend das 2 zu 2. Was ist passiert beim 1-2? Ich habe per Schnelltaktik umgestellt auf ein 4-2-3-1 für die letzten paar Minütchen, um das Ganze dann wirklich... Wahnsinn, oder? Um das Ganze dann wirklich über die Zeit zu schaukeln. Dadurch, dass wir aber eine rote Karte hatten, wurde Manolas in den Sturm gestellt per Schnelltaktik. Und dementsprechend war da die Lücke. Und ihr habt es gesehen, wir haben dieses Spiel dann tatsächlich noch verloren. Durch zwei Gamefehler. Rote Karte niemals in meinen Augen. Und dann eben noch dazu dieser Stellungs-Umstellungsfehler, der Taktik, dass dann eben mein Innenverteidiger weg war. Ganz, ganz bitter. Heißt, wir hatten ein Entscheidungsspiel, in dem wir dann auch mit 1 zu 0 geführt haben. 22-7 war da dann der Spielstand sozusagen. Und ihr seht es oben links an der Zahl. Es war nicht mein Tag. 88. Minute. Der Gegner mit der Möglichkeit über Hazard, über Bay, macht er gut. Findet da genau die Lücke, macht das 1 zu 1. Und gleich wird es noch unglücklicher. Und damit, ja denke ich mal, geht der Titel, den ich oben im YouTube-Video verfasst habe, durchaus in Ordnung. Denn jetzt passiert genau das. Wir sind über der Zeit. In der 93. beziehungsweise dann schon 94. Minute. Es gibt den Eckball. Die Flanke kommt rein. Da ist der Ramos, glaube ich, war es. Und dann ist er drin. Wir verlieren das. Stehen dementsprechend. 22-8 schaffen Elite 3 nicht. Und wir sehen uns jetzt gleich in FIFA. Ach ja, Jungs. Und damit, wir kommen jetzt praktisch im Menü nach dem kleinen Zusammenschnitt der Weekend League. Was war das bitte, was wir da gemeinsam erlebt haben? Ihr jetzt hier im YouTube-Video oder auch live im Stream. Da war es gefühlt noch schlimmer. Weil wir da natürlich auch nicht nur Ausschnitte hatten, sondern jeweils die ganzen Partien. Aber gut, am Ende wurde es ein 22-8. Prinzipiell, um das vielleicht auch nochmal hier auf YouTube zu erwähnen, weil ich glaube, das habe ich so gar noch nicht direkt, bin ich damit, also unabhängig jetzt, wie die Spiele gelaufen sind, aber mit Gold 1 bin ich dieses Jahr echt absolut zufrieden. Wieso, weshalb, warum? Ich habe ja letztes Jahr mich öfter mal reingesteigert, öfter mal reingeschwitzt in die Weekend League, um irgendwie Elite 3 damals oder vielleicht mal auch Elite 2 oder Elite 1 oder sonst was zu erreichen. Und wurde dementsprechend natürlich auch öfter mal mad. Denn umso mehr du da natürlich alles gibst und mit dem Ernstblut dabei steckst und das vielleicht auch nicht so locker nimmst, wie man ein Spiel als Nicht-E-Sportler, der ich ja nun mal bin, das Spiel vielleicht auch mal ein bisschen lockerer nehmen solltest. Wenn du das nicht tust, dann wirst du natürlich ein bisschen mad. Und dementsprechend war natürlich dann auch vielleicht die Unterhaltung für euch im Stream nicht ganz so cool und ich konnte mit euch nicht so interagieren. War ein bisschen sauer und so weiter und so fort. Deswegen habe ich mir ein FIFA 19 jetzt zum Ziel genommen. Lieber schaffe ich einen Rang weniger, also bin den Rang schlechter. Und habe dementsprechend aber mehr Spaß mit euch im Stream. Ihr habt mehr Spaß, wir haben mehr Spaß, was denke ich auf jeden Fall sinnvoll ist. Denn, sind wir mal ehrlich, ob ich jetzt Elite 3 schaffe oder Gold 1, ist am Ende scheißegal. Juckt keinen, ich bin kein E-Sportler, ich qualifiziere mich für nichts. Und bei den Packs ist sowieso einfach nur Lack am Start, ob du da was Gutes ziehst oder nicht. Du kannst in Silber 1 einen Neymar in Rot haben und kannst in Elite 1, was weiß ich, einen Heiko Westermann in Rot haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Deswegen das schon mal als kleine Geschichte, damit ihr da Bescheid wisst. Ich werde das Ganze dieses Jahr ein bisschen lockerer sehen. Aber bei den Partien, die da wir gesehen haben, auch da wurde ich natürlich ein bisschen lauter. Denn das war schon krass, was da alles so an dummen Sachen, sowohl für uns, aber auch gegen uns passiert ist. Das als Info für euch. Was möchte ich mit euch jetzt noch besprechen in diesem kleinen Menü-Part? Erstens mal gucken wir uns schnell das Team an, mit dem wir in die Weekendicke reingestartet sind. Ich denke, die meisten von euch wissen ja, wie das aussieht. In-Game 1, 4, 3, 2, 1. Ich zeige euch auch gleich mal die In-Game-Ausstellung, die ist ein bisschen interessanter. Halt, hier müssen wir rein. So sieht das Ganze aus. Vierer Kette, davor Matuidi, Kante, Pogba auf der Triple 8. Coutinho auf der 10 im Barperonaldo im Sturm. 4, 3, 1, 2. Eine Formation, die echt Spaß macht. Kann ich empfehlen. Kann aber natürlich auch sein, dass wir die demnächst wieder switchen und mal was anderes ausprobieren. Aber ist auf jeden Fall eine solide Formation. Der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, Schlappi, warum ist denn da ein Coutinho im ZDL, wenn du doch sonst Kante, Pogba, Mbappé, Inform, Baran und Co. spielst? Ähm, liegt einfach daran, dass Coutinho 38.500 Coins gekostet hat. Also relativ günstig war. Und wir zwar die Coins gehabt hätten, um uns einen Nehmer oder einen Hazard zu kaufen. Das war der ursprüngliche Plan. Nehmer wäre dementsprechend nur auf einer 8er Chemie gewesen. Was mich jetzt da nicht stört. Ähm, Hazard hätten wir sogar, wenn wir dann das ganze Ingame, beziehungsweise im Menü so aufgestellt hätten. Äh, auf Fullcam gebracht, wenn hier noch der Hazard steht. Ähm, aber, und jetzt kommt das große Aber. Wir machen ja einen RTG-Account, wie man vielleicht, äh, erkennen kann. Und, ähm, dementsprechend waren mir die Preise viel zu hoch. Sowohl Nehmer als auch Hazard sind jetzt nach dem Black Friday nochmal so rasant angestiegen, dass mir da das Risiko zu hoch war, dass ich da ordentlich Verlust mache. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, äh, hab ich mir gedacht, ne, machst du nicht. Spielst du mit Coutinho, ist auch eine solide Karte. Und dementsprechend haben wir das so gemacht. Ähm, wie ich mit dem Team verbleibe, da werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ich werde auch noch ein bisschen was sagen zu den Investments, aber ich glaube, da werde ich vielleicht nochmal auch ein extra Video machen, mal schauen. Ähm, vorher gucken wir uns noch ganz schnell die Statistik an. Alles Division 2 in Rivals und Weekend League. Ronaldo mit einer unfassbaren Quote, 118 Tore und 49 Vorlagen in 111 Games. Richtig, richtig stark und ihr seht auch schon am Preis. Der ist in allen Belangen perfekt. Macht die Tore, entscheidet Spiele und wir würden sogar mit dem aktuell, und jetzt haltet euch fest, ich zeige euch das dann gleich bei Footbin ein bisschen genauer, 200.000 Coins netto machen. Das ist doch mal lecker Schmecker mit dem CR7, der sportlich auch absolut einschlägt wie eine Bombe. Ähm, dann haben wir noch Mbappé im Doppelsturmjahr. 42 Spiele, 29 Tore, 17 Vorlagen. Gefällt mir auch mega gut, hat aber so ein bisschen nachgelassen, muss man sagen. Auch der war bei einer Quote von über ein Tor pro Spiel, die er letztendlich, äh, oder das er letztendlich erzielt hat. Mittlerweile nicht mehr ganz so stark, aber Mbappé in Form auch mega, mega gut. Und ihr seht es auch da in den Coins. Auch mit dem machen wir, glaube ich, aktuell knapp 60.000, 70.000 Coins netto. Also Steuern, schon mehr gerechnet, die wir auf den freien Mann kriegen. Sozusagen, wie Krieger sagen würde. Ähm, das soweit zu den zwei. Continuous Statistik habt ihr ja gesehen. Äh, ja, ist solide, geht, denke ich, trotzdem noch ein bisschen besser für einen Zehner. Aber für so eine Karte für 38.000 Coins passt das wunderbar. Ähm, das soweit dazu. Ähm, der ein oder andere hat es vielleicht verpasst. Wobei ich es im Zusammenschnitt kurz angesprochen habe. Wir haben uns als Swap-Spieler den Matuidi geholt. Äh, den Matuidi, den Gilawogi, so rum. Ähm, ich denke mal einer der geilsten Sechser aus der Bundesliga. Weil so viele gibt es ja da auch nicht, die wirklich in meinen Augen zumindest richtig klassische Sechser sind. Ähm, dementsprechend habe ich mir den mal mitgenommen. Ich glaube, vier Karten musste man dafür einlösen. War relativ entspannt und freue ich mich drauf. Ist sehr, sehr geil. So, das soweit zum Team. Dann möchte ich zu sprechen kommen auf den Coinstand. Und ihr seht, neben dem Team, was wir da am Start haben, stehen wir bei 884.000 Coins. Ich gehe mal ganz kurz rein in unseren Ferraiden. Ähm, und wir gucken uns mal eben schnell an, was wir da alles am Start haben. Ähm, ich habe in ein paar Spieler rein investiert. Santi Casola, Santi Mina. Ich glaube, beide für den für 18.5. Den für 18.2.5. Luis Adriano für 12. Silvestre, Italiener aus der Serie A. Sehr geil, auch wenn er nur eine 81 hat. Für 11. Ähm, dann haben wir, gut, das sind die Erstbesitzer. Butelle und so. Luque Bakio, auch nochmal für 11 mitgenommen. Cucurella, nur eine 77, aber auch Spanier. Linkes Mittelfeld aus der ersten spanischen Niga. Auch nochmal für 11.000 mitgenommen. Äh, und dann eben, ja, mehr oder weniger erstmal das Top-Team. Plus noch Spieler wie Navas, wie Buscats, die wir natürlich dementsprechend auch noch verkaufen können. Also wir stehen durchaus ein bisschen bei mehr Coins als eigentlich 884.000. Ihr seht, dementsprechend ist da auch ein bisschen investiert worden. Ich gehe nochmal ganz kurz auf die Transferliste. Auch da möchte ich euch mal kurz mit reinnehmen. Ähm, das sind auch nochmal Spieler, die ich erboten habe. Santi Mina, Silvestre hier nochmal für 11.2.5. Auch den Bongonda, ne, den haben wir gezogen. Äh, aber da wollte ich auch nochmal einen mitnehmen, haben wir scheinbar keinen bekommen. Äh, nochmal Silvestre, Butelle für 11k. Ne, auch nicht. Hat mir da nicht auch noch einen? Ich glaube, da haben wir auch noch einen in der... Ach ja, das haben wir ja auch noch, Jungs, hier. In der Kandidatenliste. Da sind nämlich auch nochmal ein paar Infos hier. Da ist der Butelle, Luke Bakio, ihr seht es alle für 11k, die ich da mal erboten habe. Hier habe ich doch ein paar versucht mitzunehmen. Oh, da habe ich sogar ein paar bekommen. Äh, auch eine ganz interessante Geschichte, nämlich immer die 82er Non-Rares, von denen es immer nicht ganz so viele gibt. Und ihr wisst, es steht ja bald Footmess vor der Tür. Dementsprechend werden da sicherlich irgendwann Spieler mit einem 82er Rating gebraucht. Und dann ist natürlich ein zentraler Spieler von Spanien aus der BBVA perfekt. Dann auch noch Non-Rare. Wunderbar, 650 Coins. Kannst dir absolut nichts falsch machen. Ihr seht es, Arthur habe ich noch versucht. Der ging dann schon zum Teil für ein bisschen mehr. Und da ist auch nochmal ein Dani Garcia für 650 Coins, den wir eventuell bekommen. Sehr, sehr nice. Lasse ich trotzdem alles erstmal auf der Kandidatenliste gespeichern. Und dann, wie gesagt, noch die Transferliste, die auch voll ist. Ich werde versuchen, noch viel, viel mehr zu investieren. Denn, und jetzt kommt der Hammer, Freunde. Ich werde höchstwahrscheinlich, haltet euch jetzt fest, mein Team am Donnerstag oder am Freitag verkaufen. Wieso, weshalb, warum? Gucken wir uns gleich an. Ich gehe nochmal eben schnell hier die Transferliste durch. Ihr seht, das sind auch nochmal ein paar Investitionen. Ach ja, was auch noch vielleicht interessant ist, was ich getan habe. Ich habe unter der Woche mir Team-Fitness-Karten für 900 beziehungsweise maximal 950 Coins gekauft. Und am Wochenende einfach mal für 1,8 draufgestellt. Weil da ja der Bedarf relativ hoch ist. Wenn die Leute Weekend League spielen, brauchen die natürlich auch Team-Fitness-Karten. Ich würde sagen, es gingen über das ganze Wochenende so 10 Stück weg. Also man hat jetzt nicht mega viel Gewinn gemacht. Aber das Gute ist, du brauchst die Karten ja irgendwann auch selbst. Also du kannst ja da nichts falsch machen, wenn du da welche für 900 mitnimmst. Sagen wir mal, du nimmst 100 Stück mit. 40, äh, 40, 30. Wenn man nach jedem Spiel eine nimmt, brauchst du selbst. Die anderen 70 stellst du auf die Transferliste für 1,6, 1,7, 1,8. Entweder die gehen weg oder die gehen nicht weg. Dann packst du die wieder in den Verein, benutzt die für die nächste Weekend League. Na, dementsprechend hast du vielleicht auch eine Idee für die Leute, die sich mit Trading nicht so auskennen. Weil das ist halt wirklich auch was ganz Einfaches, was man jederzeit machen kann. Ähm, und wir haben einige Bronze-Spieler noch am Start. Da werdet ihr euch vielleicht wundern, wieso. Wir haben ein bisschen Bronze-Packs gemacht. Sprich, die Bronze-Pack-Methode, die ja auch schon, ähm, in FIFA 18 durchaus möglich war. Zum Teil auch in der Anfangs-, was heißt in der Anfangsphase, im Laufe von FIFA 18. Besser als bis noch vor ein paar Wochen in FIFA 19. Dadurch, dass es aber mittlerweile so viele Liegen-SBCs gibt, ist auch diese Methode mittlerweile sehr, sehr geil. Ähm, für den einen oder anderen, der nicht weiß, was das ist. Man öffnet einfach Bronze-Packs. Wir machen jetzt mal ein Beispiel. Ich kann euch nicht garantieren, dass das jetzt natürlich mit einem Pack klappt. In dem einen Pack kann jetzt der krasseste Spieler ever drin sein oder gar nichts. Ja, deswegen, das ist jetzt ein Ding. Jetzt, ich kann euch versprechen, schaut auch gerne im Stream vorbei. Über eine lange Sicht gesehen klappt das, wenn man da mal 10, 15 Packs aufmacht. Gehst du da definitiv nicht mit Verlust raus. Ähm, ihr öffnet den Pack. Wir schauen jetzt einfach mal rein. Einen 400er. Jetzt ziehen wir hier den Geisler. 64er Rare-Spieler. Ähm, ein Österreicher. Und gehen einfach mal durch und schauen, was die Spieler wert sind. Ähm, die Möglichkeit besteht, dass du die Spieler sofort verkaufst. Gucken wir mal. Geisler steht jetzt aktuell bei. Ja, okay. Der steht bei nicht so viel. Aber selbst den kann man für 200 anbieten. Dementsprechend hätte man die Hälfte schon mal vom Pack wieder raus. Dann schauen wir mal Takuako oder so. Ja, okay. Das war jetzt. Ja, das war wahrscheinlich so ein relativ durchschnittliches Pack. Ihr seht auch, da war jetzt einer für 200 drin. Stell ich jetzt auch mal drauf. Dürfte auch weggehen. Das heißt, jetzt wären wir schon mal bei 0, was das Pack angeht. Und selbst da haben wir ja noch mal ein paar Spieler. 450 Coins. Mache ich jetzt einfach mal 350. Muss natürlich immer so ein bisschen günstiger anbieten, dass die weggehen. Und er hier. Ja, da gibt es jetzt zu viele, die mit 200 drin stehen. Das heißt, ihn würde ich jetzt einfach mal mit in den Verein nehmen. Denn es kann natürlich auch später sein, dass irgendwelche SPCs rauskommen, wo man ihn wieder braucht. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich. Aber können natürlich durchaus passieren. Oder aber man macht irgendwie eine Silber. Also die Bronze-Upgrade-SBC, dass man Bronze-Spieler zu Silber-Spielern macht. Und diese dann in Ligen-SBCs zum Beispiel selbst benutzt. Dementsprechend gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Verträge zum Beispiel nehme ich auch immer mit. Die Einzelspieler-Fitness nehme ich mit. Manchmal ist eine Team-Fitness drin, die dann immer bei 1000 Coins ungefähr steht. Also auch da hat man dann das Pack Easy wieder raus. Und den Rest stoße ich eben ab. Das heißt hier Zwickau-Trikots, Wappen, Wappen, Wappen. Auch das Spielertraining brauche ich nicht. Verträge nehme ich mit. Zack, zack. Und dann passt das. So, das ist die Bronze-Pack-Methode. Das soweit dazu. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Ich habe was vorbereitet und zwar auf dem Desktop. Das heißt, ihr werdet jetzt gleich mit mir gemeinsam auf meinen Desktop gehen. Ich habe da ein paar Footbin-Dinger aufgemacht. Denn das wollte ich euch ja auch noch erklären. So, wieso verkaufe ich mein Team? Ihr seht im Hintergrund, das ist Footbin-Import. Wenn ihr hier oben auf Tools geht und auf Import, dann könnt ihr dort immer euren Verein via Web-App in Anführungszeichen importieren. Und Footbin spuckt euch aus, wie die aktuellen Preise sind, welche Spieler kann man verkaufen, welche Spieler sind aufgrund von SBCs aktuell viel wert und so weiter und so fort. Ist ein ganz cooles Tool. Könnt ihr auch sehr, sehr gerne nutzen. Einfach auf Footbin, dann auf Tools und dann oben auf Import. Alles weitere steht dann mit dabei. Das sind jetzt mal alles meine Spieler. Größtenteils auch welche, die ich in der Startelf spiele. Und da seht ihr auch hier den Profit After Tax. Das heißt, die Steuern sind da schon weggerechnet. Dementsprechend, das sind die Coins, die ich wirklich fix bekomme ohne diese 5% EA-Steuer. Ronaldo haben wir angesprochen. 1,888 gekauft. 2,215 steht da aktuell. Macht 216.000 Netto-Coins. Kimpembe, 181.000 eingekauft. Steht bei 300. Paris, wenn ja eine Runde weiterkommt, dann entwickeln sich ja diese Champions-League-Live-Karten auch noch weiter. Mal schauen, was ich mit dem mache. Kante, Netto-Plus von 70.000. Mbappé, 56.000. Busquets, mal aus und vor, weil den haben wir gezogen. Logischerweise ist da der Profit relativ hoch, wenn kein Einkaufspreis dabei steht. Pogba-Gewinn von 35. Varane-Gewinn von 30. Matidi wieder ausgelassen. Bla, 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 bla. Courtois auch noch ein Gewinn von 10k. Marcelo 10k. Coutinho 8k. Ihr seht schon, also meine komplette Startelf, mit der mache ich einen Gewinn. Also da gibt es keinen Spieler, mit dem ich einen Verlust mache. Dementsprechend würde ich die Spieler höchstwahrscheinlich verkaufen, weil, und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, das ist nämlich mal das Team. Ihr seht hier einen Wert von 4,478 aktuell, sogar krass. Am 30.11. war so der Höhepunkt, dann ging es jetzt wieder so ein bisschen runter und ich denke, bis Donnerstag steigt es vielleicht nochmal ein bisschen an. Und dann passiert nämlich folgendes. Und das kann ich euch mal anhand von drei Beispielen zeigen. Das ist jetzt natürlich immer so ein bisschen Wahrsagerei, denn das muss nicht so laufen. Das kommt natürlich auch ganz darauf an, was EA für SBCs bringt, welche Events kommen, vielleicht irgendwas Spezielles mal und so weiter und so fort. Deswegen, ich nehme jetzt einfach nur das letzte Jahr als Vergleich. Kann sein, dass das komplett anders läuft. Deswegen denkt vorher nach. Informiert euch auch bei anderen Leuten, die vielleicht noch ein bisschen mehr Ahnung haben als ich. Ich bin ja auch noch ein Neuling in dieser ganzen Trading-Geschichte. Dementsprechend, ja, checkt da gerne andere Leute aus. Aber, wenn wir mal zum Beispiel in Ronaldo vergleichen mit dem letzten Jahr. Im letzten Jahr war am 24. November der Black Friday. Das heißt, wir gucken mal, huch, jetzt bin ich hier wieder geswitcht. Da stand Cristiano Ronaldo, schlappi, ein bisschen Fingerspitzengefühl, hier. Bei 1,76 Millionen Coins. Und ihr seht, er ist dann im Laufe der Zeit angestiegen, 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 angestiegen. Bis ungefähr 8. 9. Dezember, so grob hier in dem Bereich. Sprich zwei Wochen nach dem Black Friday. War der am teuersten und ist dann gesunken, gesunken, gesunken. Hier nochmal kurz gestiegen, aber prinzipiell hat er den Preis hier nie mehr erreicht. Das wäre Cristiano Ronaldo. Ich habe beispielhaft natürlich auch nochmal zwei andere genommen. Pogba, der dann auch einen Winter-Upgrade im Februar, glaube ich, war, das immer bekommen hat. Auch da können wir mal reinschauen. 24. November war der Black Friday. Letztes Jahr 480.000 Coins. Ging dann hoch am 2. Dezember bis 6. Dezember. Bis auf, ja, so zwischen, was ist das hier? 530, 520k. Und dann runter, 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 runter. Nochmal kurz hoch. Runter, 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 runter. Und letztes Beispiel, nochmal Angolo Kante. Der 87.000, ich habe jetzt einfach mal die drei genommen. Klicken wir auch nochmal auf All. Auch da, ihr seht es, auch wenn es bei ihm nicht ganz so krass war, vielleicht, weil er natürlich auch nicht so den absolut heftigen Wert hat wie ein Ronaldo. Stand bei 169.000 am Freitag, am Black Friday. Ging dann hoch. Der ist in der ersten Woche, der ist ein absolutes Hoch. Mit 192 oder 185. Runter, 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 runter. Dementsprechend, das ist mein Ziel, dass ich mein Team am Donnerstag, beziehungsweise am Freitag verkaufe. Wir machen auch ordentlich Gewinn. Dementsprechend wäre ich damit sehr, sehr zufrieden. Wenn die Leute wieder ihr Team für die Weekend League am Donnerstag bauen, wenn die Rewards raus sind und die High-Rated-Spieler und krassen Spieler immer wieder ein bisschen ansteigen, dann werde ich die da verkaufen und in die Weekend League mit einem Fun-Team rein starten. Denn wie gesagt, ich möchte die Weekend League ja nicht mehr so ganz so ernst nehmen, mich auch vielleicht ein bisschen mehr Richtung Trading interessieren und da mal die Coins mitnehmen und schauen, dass ich immer zum richtigen Zeitpunkt mein Team verkaufe und zum richtigen Zeitpunkt auch wieder einkaufe. Das ist uns dieses Mal sehr gut gelungen, wie ihr seht. Ich denke mal, wir machen wahrscheinlich so knapp, was werden sein. Nicht ganz 500.000 Coins, nur dadurch, dass ich mein Team günstig einkaufe und teuer verkaufe und ja auch ein richtig geiles Team hatte. Vielleicht 400.000 Coins oder so, was ja definitiv für einen RTG-Account nicht wenig ist, ohne in Anführungszeichen zu investieren, sondern ein geiles Team gebaut, gezockt und einfach später wieder verkauft. Das ist der Plan. Ich hoffe, ihr wisst damit Bescheid, Jungs. Ich glaube, das Video ist insgesamt jetzt ein bisschen länger geworden. Ich weiß es leider nicht ganz genau. Falls ihr irgendwelche Fragen habt bezüglich irgendwelchen Themen, schreibt die gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Lasst natürlich wie immer sehr, sehr gerne einen Like da. Und, kleine Info, schaut auch sehr gerne im Livestream vorbei, denn, es ist die Weihnachtszeit, es ist die Adventskalenderzeit. Dementsprechend gibt es den Adventskalender bei mir und sowohl Non-Subs, also Leute, die finanziell nicht supporten, haben die Möglichkeit, umsonst Sub zu werden. Da werde ich einige sogenannte Free-Subs verschenken. Und die Leute, die Sub sind oder eben einen Free-Sub gewonnen haben, können dann auch am Adventskalender teilnehmen und dort ein paar interessante, schöne Gewinne abstauben. Das war dazu. Alle Links natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich bin jetzt erstmal raus. Ich hoffe, ich habe alles soweit einigermaßen gut erklärt, was ich vorhabe, was so passiert ist. Und in dem Sinn wünsche ich euch einen wunderschönen Dienstag oder welchen Tag wir auch immer haben, wenn ihr das Video gerade seht. Bis dahin, macht's gut, euer Badeschlappen. Servus! 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 Vielen Dank.